Yo, was geht ab, was geht ab meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar geht es heute wieder um Data Love, wie in den letzten Videos auch und zwar, ja, gibt es noch einen weiteren Song, ich guck mal kurz, was ich euch dazu einblenden kann Ja, genau, ähm, so Also, der kann also echt gut singen, wie gesagt, schreibt mal eure Meinung zu ihm in die Kommentare Ihr habt es schon gehört, der Song heißt Gib mir deine Hand, wurde geleakt Ähm, wie gesagt, es war eine kleine Hörprobe, wenn das Ganze rauskommt, streamt es auf jeden Fall auf Spotify, ihr müsst ihn unterstützen Ähm, und ja, was kann man noch dazu sagen, das war es eigentlich schon Die anderen Lieder habe ich euch ja auch schon mal vorgestellt, eine kleine Hörprobe gegeben Wie gesagt, mal schauen, wann das Album von ihm kommt Jetzt, in zwei Stunden, kommt der Song mit UFO, Poseidon oder Shot Ich weiß nicht, wie er heißen wird, wenn es, ich weiß nicht, was kommen wird, wie gesagt, steht nicht fest Ja, ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, was ihr von Data Love haltet Ich feiere den Song, ist ein bisschen ein gechillter Song Gib mir deine Hand, geht eigentlich voll klar Und in diesem Sinne, bleibt anständig und Peace, bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.